hallo leute und willkommen zurück auf dem mars kraft bei einer weiteren folge von minecraft war ever stranded heute endlich dabei philipp lp also der meine ich sag mal hallo ja ich habe ein bisschen vorgab die letzte folge bei philipp haben wir schon etwas gemacht also gerne auf seinem kanal vorbei schon link ist in der beschreibung wenn ich sie vergesse und ja ich habe unsere base eingebaut habe ich bin ganz weit gelaufen ich habe dir ganz viele sandblöcke gesammelt und habe dann endlich uns hier unsere mauer gebaut die ganzen die es kommen die ärztkiste rein in die ärztkiste ja ich habe auch hier verklemmt alle items so die du gefahren dass da alle in die ärzt ist also emeralds dias und sowas alles und das ist unsere kühlmaschine leute die kühlt uns richtig schnell ab und wenn also falls zu heiß wird für uns und ja ich hole ein bisschen sand schmerzt ich schnell am besten durch ein bisschen aber hier für dich scheiße und ja das abbauen kann man kompressoren aber ja glaubt mit einer picke oder ja geht so was ich worte findet begegst ich habe keine picke da mache ich eben der ich die aufgabe zum 7 gegeben nehmen alles einfach durch sieben wir kommen so atems raus ja ich hab noch ein kompletter broken silver alles gleich in die ärztkiste wir brauchen jetzt ganz viel also neun mal vier sind 36 wir brauchen 36 m als dann bekommen wir extra herzen und das heißt wir bekommen einen immer ein billiger daraus als man können wir investieren oder was und mit dem bilder können wir unseren extra herzen holen ja ich bin noch da ja du bist so ruhig irgendwie heute der ist nie ruhig das ist ein scherz der scherz noch ja ich darf auch nie unsere mobfarm ich hab hier so starrstacheln gemacht und geil guck mal wir haben noch was sagst du das mache ich ja spaß noch 26 stück dann habe ich das mit ganzem ist es gibt auch automatik sie ist aber das ist das weiter vor wir brauchen 6 die es dann ist schon mal alles lieb sie weiß es war es war erst mal weiter du mach einfach ich heiße es dann automatisch um sie verknüpfen sie verknüpfen hier sie sind wir bekommen herzen alt lag und kristall nennen sich das und der moment von villager und wie bekommen wir ein bilder am bilder bekommen wir wenn wir vier emeralds haben er was man sich in den sachen mit meinen was haben wir noch zwei emeralds wir brauchen fünf wünschen hier auch noch okay das ist noch alles im feste obwohl wir das schon haben okay das hat auch schon aber egal weil ich finde ich kurz ein bisschen ab das sind diesen automatischen sie ich gucke ich gucke autosief ich guck grad nach sie autosief ja autosief richtig aus wenn er am besten ein auto helft sieht weil sonst gar nicht dafür brauchen damit du graven durchsieben kannst warum wenn sie und dafür brauchen wir einen block auf ein eisenblock oder was ja block auf stil und ein eisen also wir brauchen ganz viel eisen erstmal also ganz viel du hast ja noch ganz viel dadurch auch gemäß wieder ganz schön kalt und ich sollte mal dringend was trinken ich wollte hier mein glas durchschmerzen mit hast noch ein paar bottles sind ich kann nicht mehr hier raus holen einfach rechts klick richtig viel xp wir brauchen wirklich mal glas bottles man fallen wo ich mir mal immer schön weiter sieben nicht essen ich hab dir was geschickt schickt mir immer was ja das wie die sonne ja mann sein video gab es gestern meins ist dann heute also ja wir haben wir machen vor produzierung und man das also ich mach mal unseren hühnerstall jetzt immer weiter sieben ja ich bin sagt auf youtube muss noch die infokarte fertig passt ja wir machen pro produktion und er macht das natürlich wegen der aufnahme toll ich mach mal hier irgendwo unser hühnergehege und wieder zurücklatschen gibt es keine was anderes muss man dringend was essen wirklich ein paar karotten und ein paar dings hier so ein paar kartoffeln essen warum setzen nicht die saplings wieder hin immer was nicht falls wir zu einem black ort kommen also ist mir kann nicht mehr neue dings da sitzen können dann ist mir raus dann war es das für mit unserem projekt ja ich wollte ja noch was machen so perfekt noch ganz viele davon und jetzt brauchen wir ja die vier gläser drei glas und dafür kamen damit kann ich mir jetzt die infokarte ist fertig toll super dann sieht man ein bisschen weiter immer schön und ich habe wasser endlich zum trinken eine flessere sachen und ich habe ja alles in die erzkiste bitte rein auch nein ich brauche hilfe was ist denn jetzt wir sind doch passiert was hast du gemacht ein block platziert wo warum platzierte ich habe außerdem die kiste öffnen und dann keine ahnung hier nicht in die kiste in die erzkiste die da hinten nein ich hatte krepp meine sachen sandstein so kann die erz und so was kommt alles hinten rein hier nehmen ich habe hier noch so ein block für dich den sitzen daran ganz kurz ich setze ihn auch mit rein wenn wir zusammen sieben dann geht schneller siehst du oder wie der richtig schnell ich sage mir so kleinigkeiten nein die kommen alle hier hinten rein und kohle kriegen wir da auch hast du hast noch ein bisschen kohle im winter kohle ja ist das dann mein kohle habe ich ja kommt alles in die erzgäste 60 und ich plane ich plane die kühle also deshalb mir überlegt ist doch ganz gut zum abkühlen wir müssten mal mit der küche anfangen also im wochen es gibt maschinen da kannst du essen kochen pizzas machen und sowas in so gut wird zur salami pizza lecker gibt es kann man alles machen scheiße kriege ich schon mal alles reiner auch diesen ding ist auch aufschlossen sind wir haben richtig viel wie lange läuft das name sieben minuten ihren ihren daten ok so es ist nur langsam nee das heißt es schon satt ist von dem ding du kannst es nicht mehr du musst auch mal andere sachen essen du darfst nicht immer das gleiche essen du musst also karotten mal brot mal was anderes essen und das problem wenn er sich einmal daran gewöhnt haben wir ein problem es muss immer was anderes essen sonst bekommen wirklich ein problem und ich muss das mal weg werden da kommt es mal untertieren den vornässt er haste kohle bitte für mich in der grüste ab okay das kommt da rein das kommt da rein kohle oder die bekommen jetzt mehr herzen wir brauchen dafür 4 emeralds wie viele emeralds wir haben schon elf emeralds und wir können schon ein block machen also brauchen auch ganz viel davon also das ist eine längere quest für längere zeit es ist immer nicht vergessen dass zombie flash zu kompostieren immer wieder was könnte haben wir noch irgendwelche seeds für irgendwas wir haben noch coffee seeds wir müssten mal wieder was anpflanzen oder langsam ja 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 wir brauchen guck mal was es noch für essen gibt so schönes was wir machen könnten nun es gibt nichts für sechs karotten weiter das ist was wir haben aber wir brauchen seeds heißt es grass seeds carrot seed crash at nicola coco beans also können uns kekse schon mal machen ich hab sie jetzt ja ja alles anpflanzen wir wollen müssen alles anpflanzen ich kann trot machen ja ich hab noch ganz viel weiter für dich ich hab sie mit uns so und ich hab ich hab acht rot toll ich könnte mal die wüsten er hat die wüsten kann mit der farm nee geh mal nicht ein da gehen wir gleich die müssen wir zusammen hin so nicht ein wir haben noch nicht genau die ausrüstung dafür ich jetzt einfach hier hat die schütze hast du noch durst ein jahr schon los der trinkt was hier ich hab noch flasche für dich auch schützt ich doch jetzt hier da ist eine flasche für dich trinkt 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 aber bloß alles aus hier da steht also ich will die flasche wieder auf geht gibt danke es ist erwarte ich komme mit jetzt ne warte 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 kannst du kurz auf mich warten ich komme mit dann der mann ist ja ich kann sie wird auf mich warten nein ach komm bitte ich will mitkommen ich warte dann dort vor ort ja okay aber ich kann ich muss kurz ich will kurz meine wichtigen items ablegen dass ich nicht alles wo wartest du noch mal ich nehme kobblestone mit die eier lasse ich weg den dings hier kann ich mitnehmen aber auch schließlich haben so wenig kisten hier wenn kaum kisten platzieren wo ein bisschen mehr kiste soll hier ist noch ein bisschen platz so für das und das und das und das und das und das flaschen kann raus erwarte hast du haben wir alles ja ich hab' Prozent 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 es möchte ich hätte man es kann mal kurz zu dtp ich hab' dann blockgepackt weil hinten ist ein chunkproblem glaube ich ich komm mit jetzt kann ich kann jetzt kommen jetzt komm los 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 halt so was vergessen ich glaube ich brauche ich noch ein bisschen wasser oder längste weil ich sonst sterbe ich jetzt ja dann bauen pack 18 ab dann haben wir wasser kaktien zu wasser also bock einfach kaktien ab ganz viel und fertig bis noch da hier bei uns ich bin noch da ja ich hab' noch ein paar kaktien in ofen ja also ich mach' jetzt wasser und wenn das wasser ist fertig dann können wir los ok also wir können noch zwei flaschen machen werden wir nicht heiß gerade auch die ist gerade voll heiß gemacht kündig war weil wenn ihr unterwegs sind können wir uns ja nicht mehr abkühlen komm als wasser ob preis doch dort er kühlt noch ein bisschen abwarten auf mich will damit laufen warte ich will damit laufen alter und hierher kommt das kommst du ja ich komme ich fühle mich gerade noch ein bisschen ab wollte ich was haben ja komm schnell wie bist wir heute noch wasser und ich habe kein blut mehr nehmen einen halben steck garotten nein ich bin doch ich komme ich glaube doch schon bin doch schon unterwegs komm mal siehst du mich nicht ja ich komme doch warte auf mich warte auf mich und ich habe auch fall und bogen mit ganz vielen fall also drei falle sollten reichen warum laufen wir eigentlich wenn es gleich nacht wird ich weiß nicht ich weiß es nicht fragt mich nicht so wenn ich lieber zurück komme ich auch zurück kommt dann laufst du zurück ich kann ja ich kann ja mein tod das geht ja stimmt ja ich sind kriege explodiert wo ich mal hier war stimmt alter verwalter es gibt auch ganz viele strukturen also aus der ruine aus der ruine voll mit ganz komischem zeug war schon dass er irgendwo die druckplatte ist in der tt ich bin ja gar nicht da den tschunter ist ich nehme sachen mit ja ich habe echt dabei und was ist das im modus drohne der sattel wir bekommen fährt und wir ganz viele weizen anpflanzen und noch irgendwas damit kommen wir darum fährt was ich bin ganz ich habe ein entscheidend book infinity ja 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 dann habe ich jetzt noch hier viel gold wir sind immer noch wir haben ja nix sogar eine map habe ich habe das was ich habe nicht so wirklich ich habe sogar die ender ein ordentliches auch nicht von mir diese drei hoch ich komme wieder hoch achte mein tnt mit jetzt in der tnt ja toll mit den tippern aber bitte nicht in meine base rein entschuldigung wehe du machst das und glaubst du dich aus da flippe ich aber ernsthaft aus dann wird das wird man sehen danke ich würde zu dir tippen weil ich auch vorne sind auch gut dann sterbe ich hatte jetzt nein ich laufe einfach ganz schnell jetzt sagst das ist aber schwerer als gesagt wenn die tür ist hier auf ich habe die die tür aufgelassen hier für dich also niemals gesetzt und so ein kranker aufgeschotet zu werden auch in der richtung ich guck mal wo du bist bist du überhaupt ich sehe dich gar nicht auf der web ich habe doch gesagt man noch nie ich habe keinen bock mehr doch du hast bock komm ein lauf einfach nein aber warum läufst du überhaupt dahin frage ich mich immer was ich hatte es um was ist was gescheites aus ich brauchte ich komme ja mal nicht klar du willst ja mal irgendwo immer alleine hinlaufen also da hast du es ich wollte mitlaufen ich würde teilen aber nee lieber nicht so ein bett hier schlafen ja schlafen am besten schläfst du und schlaf okay ist tag okay kannst du es laufen hoffentlich kann ich das was wir nehmen jetzt ihr auch richtig glück gehabt also laufe die mobs stemmen mit der zahl oh leute es fühlt sich so gut einmal wieder richtig voll sein im bauch auch mein gott so ja und wenn du schläfst dann essen also ganz wieder ganz schnell als essen was du willst alter mir geht es jetzt übelst gut endlich richtig sprinten richtig fast macht es auch ist nicht doch ohne alles was man essen kann mitnehmen oder sieht und so was also auch alles mitnehmen ein kopf jocke jetzt du hast einfach schlechten pc damit auch schon 44 fps ich komme zurück ich jetzt richtig bin lauf lauf ich brauche ich brauche ich brauche keine saplings mehr ich hab hier so viel saplings sollte sich täglich auch schon saplings weg damit wir haben euch haben wir noch einen steck davon was du sie nicht ich bin dabei ist auch müsste ich auf eine falsche Richtung mir geht es hier richtig ich kann jetzt richtig springen wieder aber was machst du denn da ich habe einen schwert schon so schwert drei ich habe so noch aber warte mal wo kann ich mir gut abladen ja nur den tun wir haben ganz viel eisen emerald macht schon mal die ersten blöcke und ja ich glaube wir können jetzt hier schon mal die aufnahme beenden ich hoffe es hat nicht gefallen heute war es nicht so produktiv wir haben ein bisschen gefahren müssen hiervon ein bisschen davon und ja ich habe was nice ich habe noch acht stück davon also keine panik du weißt schon dass das wenn da jetzt auch anbrennen kann ja ja ich hatte im stück geschmarrt ok leute das wäre es gewesen mit der folge ich hoffe ich hoffe es hat euch gefallen und ja viele leute bis bald und charlotte